Kennst du die Geschichte mit einem Biss in eine bittere Zucchini und darauf folgt das Ableben eines Menschens? Das Essen von Zucchini ist sehr gefährlich und du musst wirklich drauf aufpassen, sonst bist du der oder die Nächste. Okay genug, bevor du noch wirklich Angst bekommst und nie wieder in eine doch sehr schmackhafte und leckere Zucchini beißen möchtest. Sie sind wirklich eine Bereicherung und zu dem Punkt mit den Bitterstoffen kommen wir später. Bis du vielleicht mal in eine Position kommst, in eine bittere Zucchini zu beißen, müssen davor noch andere Schritte erfolgen. Unter anderem, wie du deine erfolgreiche Zucchini-Ernte überhaupt hinbekommst bzw. wie du erfolgreich Zucchinis kultivierst. Von daher besprechen wir das in dem Video. Eine Frage vorneweg, was ist die Mehrzahl von Zucchini? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Kapitel 1 Wann vorziehen Die Zucchini gehört zu den Kürbisgewächsen, genauso wie die Gurke und auch die Melone, die wir ja schon besprochen hatten. Aber die Zucchini muss eigentlich nicht wirklich vorgezogen werden. Bei den richtigen Temperaturen, so zwischen 18 bis 24 Grad und auch die entsprechende Wasserversorgung keimt die Zucchini recht zügig. Und wenn diese Bedingungen und Temperaturen beibehalten werden, dann ist sie auch ziemlich wuchsfreudig. Deshalb kannst du auch ohne Probleme eine Direktaussaat machen. Am besten natürlich, wenn es dann kein Frost mehr zu erwarten ist. Meistens so Mitte Mai ist ein guter Zeitpunkt. Manchmal je nach Jahr auch Anfang Mai. Und du kannst auch eine Direktaussaat so Juni oder auch Juli machen. Dann hast du halt so eine Art gestaffelte oder versetzte Ernte, damit du halt vielleicht die Zucchini-Flut nicht an einem Punkt hast. Die gefürchtete Zucchini-Flut. Wenn du dich dennoch für eine Voranzucht entscheidest, ich mache es zum Beispiel April, gründe zum Beispiel einfach eine friere Ernte zu bekommen, die Ernte auch zu erweitern oder auch Pflanzen zu verkaufen, würde ich auch noch zusätzlich empfehlen, die Sortenbeschreibung zu lesen. Also am besten hinten auf dem Saatgut-Tütchen draufschauen oder auch einfach die Sortenbeschreibung mit Internet anschauen. Ist einfach sehr wichtig, weil es halt sehr viele verschiedene Zucchini-Sorten gibt. Also auch von den Farben jetzt, wenn wir da anfangen, gelb, grün, gestreifte, weiße, kugelrunde zum Beispiel. Wachstumseigenschaften wie eine Zucchini, die mehr buschig wird, dann die herkömmliche, die an so einer Art am Boden entlang rankt. Gibt es auch Zucchinis, die ranken können. Zucchini-Sorten, die es halt sehr warm brauchen, weil sie vielleicht dann mehr aus dem mediterranen Raum stammen, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien. Lesen ist wieder Gold wert. Wieso rennst du nicht weg? Ich kann nicht lesen! Einfach sich vorher informieren, welche Sorte man denn anbauen möchte, welche Präferenzen man hat. Kapitel 2 Voranzucht Lege deine Zucchinis 8 bis 24 Stunden vorher in warmes Wasser ein und setze dann in Töpfen, die ungefähr einen Durchmesser von 10 bis 15 cm haben, zwei Stück dort rein, um einfach die Chance zu minimieren, dass ein Topf eine Nullnummer wird. Die großen Töpfe einfach aus dem Grund. Die Zucchini ist recht wuchsfreudig und sehr empfindlich an den Wurzeln. Von daher sollte sie jetzt nicht unbedingt pikiert werden, weil dann diese Wurzelschäden dann doch das Wachstum stark beeinträchtigen können, weil man auch so stark, dass vielleicht eventuell die Jungpflanze dadurch eingeht. Meine Anzuchterde ist wieder hier die eigene Komposterde, die ich selber herstelle, wo unter anderem kleine Holzstücke mit dabei sind, Pflanzen, Kohle, das ganze organische Material, was da immer wieder anfällt. Und der Kompost halt mit vielen verschiedenen, unterschiedlichen Sachen aufgearbeitet wird und auch mit einem guten Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Tu das dann alles in Untersetzerplatten rein, damit ich halt hier von unten gießen kann, damit ich auch hier eine gute Temperatur habe, eine gute Erde, wo der Keimling auch schon das ganze Leben und die Bakterien auch hat und auch die nötige Wasserversorgung. Du kannst auch ganz einfach deine eigene Anzuchterde herstellen, zum Beispiel mit ein bisschen Gartenerde, Kompost und auch Sand, wo du halt das alles mit einem Drittel zusammen mischt, also von jeder Komponenten ein Drittel. Kapitel 3 Standortbedingungen Wähle einen sonnigen Standort mit mindestens 6 bis 8 Sonnenstunden, der auch gut warm ist und der Boden auch stets feucht und auch durchlässig und sehr nährstoffreich ist. Also die Zucchini sind Starkzehrer. Das kannst du im Boden unter anderem damit gewährleisten, indem du halt aufwertest, zum Beispiel mit Bokashi, mit aktivierter Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl, Laub, Graschnitt, ein bisschen Mist, vielleicht noch deine eigenen Küchenreste, aber nicht gekocht und auch keine tierischen Produkte, die würde ich viel lieber im Bokashi vorfermentieren. Im Mulch geht auch viel weniger Wasser durch, zum Beispiel die Sonne verloren und das ist dann das Wasser, was der Pflanze dann auch wieder zugute kommt. Wenn du deinen Boden gut aufbaust und dann auch hier das Mulchmaterial nutzt, dann etablierst du immer mit der Zeit einen Dauerhumus, der dann auch irgendwann nicht mehr zusätzlich gedüngt werden müsste, zum Beispiel mit einem Flüssigdünger oder anderen Komponente. Dann hast du einen stetigen Kreislauf, der dann wunderbar für die Zucchini ist. Aber mein Lieblingsanbaustandort von Zucchini oder auch dann später Kürbis, wo ich in einem anderen Video besprechen möchte, ist der Kompost. Wenn du den noch zusätzlich mulchst, wird dir hier viel besser Wasser gespart, aber du hast dann hier einfach einen erhöhten Haufen, der viel mehr Wärme abbekommt, viel Leben auch mit dabei ist, wo die Pflanze ja auch eigentlich davon zehrt, also ohne das Bodenleben wird die Pflanze nicht wachsen. Das ist aufgrund der Rizophagie, dass die Mikroorganismen so in die Symbiose mit der Pflanze gehen und hier die Nährstoffe ihr zur Verfügung stellen. Und wenn du noch dabei achtest, dass dein Kompost stets feucht ist, dann verspreche ich dir, dass deine Zucchini explodieren wird und du von dieser Zucchini-Flut überwältigt wirst. Und dann auch, wenn du dann jedes Mal zu deinem Nachbar gehst und ihnen Zucchini anbietest, die dann auch irgendwann die Schnauze voll von Zucchini haben und dich dann auch irgendwann vielleicht meiden werden. Ist mir auch schon ab und zu mal passiert. Wenn wir Menschen jetzt großzügig Zucchini anbauen könnten, könnten wir dann vielleicht sogar zehnmal die Menschen auf dieser Erde ernähren? Interessantes Gedankenspiel. Kapitel 4. Die Pflege. Die Pflege an sich von Zucchinis finde ich recht anspruchslos. Also wenn du die Standortbedingungen richtig wählst zugunsten der Zucchini, dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Sonst gibt es auch folgende Kleinigkeiten, die du umsetzen solltest. Also die Früchte zum Beispiel regelmäßig beernten, wie zum Beispiel bei den Gurken, damit hier nochmal die zusätzliche Blütenbildung angeregt wird. Früchte auch relativ jung ernten, wenn sie noch klein und zart sind. Außer du magst halt wirklich etwas größere Oschis, die jetzt dann nicht mehr ganz so zart sind. Ist halt ein bisschen auch kulturabhängig. Ich weiß zum Beispiel, dass bei den Italienern gerne die kleineren genommen werden, weil die für sie halt viel zarter und besser schmecken. Während auch hier in Deutschland ich schon viele Leute kennengelernt habe, die ja dann mehr eine große Keule haben möchten, um vielleicht da eine Bank zu überfallen. Für die Ernte der Früchte nehme ich sehr gerne ein scharfes Messer, weil bei dem Ausdrehen du doch ein bisschen aufpassen musst, dass du halt nicht die Pflanze beschädigst. Das kann auch sehr schnell passieren und es hat eine unnötige Wunde. Also wenn du sie abdrehst, ganz vorsichtig. Kapitel 5. Krankheiten und Schädlinge Oh nein! Meine Zucchini hat so komische Musterungen. Was ist das? Ist das Mehltau? Gleich so früh in der Saison ist doch erst Juni. Warum hat meine Pflanze denn jetzt schon so früh eine Krankheit? So was oder so ähnlich bekomme ich jedes Jahr aufs Neue zu hören und liest man auch ab und zu mal in Facebook-Gruppen oder allgemeinen Social Media. Ist nichts Schlimmes. Wenn du dich vielleicht mehr mit der Sorte beschäftigt hättest, hättest du diese Gefühlsachterbahn eventuell auch vermeiden können. Und zwar ist es eine sortenbedingte Musterung. Kein Mehltau, keine Krankheit, also überhaupt gar kein Handlungsbedarf. Der Mehltau kommt dann zu Vorschein, wenn die Pflanze zum Beispiel durch kälteres und feuchteres Wetter geschwächt ist. Und dann siehst du halt zum Beispiel so einen weiß-flaumigen Belag auf den Blättern. Bei dieser Pilzkrankheit kannst du zum Beispiel mit einer Natronlauge vorgehen. Auf einen Liter ungefähr ein bis zwei Esslöffel. Kannst mit effektiven Mikroorganismen arbeiten. 1 zu 10 auf einen Liter Wasser. Oder auch mit Rohmilch. Gleiches Verhältnis wie bei den effektiven Mikroorganismen. Weil die Rohmilch und die EMs die Milchsäurebakterien haben, die für ein gewisses Gleichgewicht sorgen. Und auch für eine Stärkung von der Pflanze. Gegen den Mehltau kannst du auch spezielle Mischkulturen nutzen. Die werde ich dann auch später mit dir besprechen. Und wenn die Blätter schon etwas größer sind und dann auch so stark befallen sind, dann kannst du auch einfach abschneiden und dann einfach zum Beispiel in eine Heißrotte in den Kompost geben. Oder in den Bokashi-Alma und dann hier fermentieren. Ich bin ungern ein Freund davon, das in den Restmüll zu werfen, weil ich halt den Kreislauf geschlossen haben möchte. Und auch dieser Mehltau, dieser Pilz gehört zur Natur. Der hat auch einen gewissen Sinn. Oh nein! Spassbomb hat mich mit der Kretze angesteckt und deswegen habt ihr sie jetzt auch alle! Deine Pflanze kann auch ziemlich schnell Blattläuse bekommen. Mein Lieblingskandidat dafür ist der Marienkäfer. Macht eine wunderbare Arbeit. Kann manchmal zu Problemen finden, wenn auch Ameisen noch mit im Spiel sind. Auch viele verschiedene Hausmittel, zum Beispiel Nenmöl, was du dann nutzen kannst gegen die Blattläuse. Einige Jauchen helfen auch dagegen. Oder was mein Bauernlehrer immer gerne sagt, nimmst einfach einen Gartenschlauch und spritzt die Blattläuse von der Pflanze runter. Ich bin aber der Freund, hier mit den Nützlingen zu arbeiten und schaue, dass mein Garten eine gewisse Blütenvielfalt auch hat und auch ein bisschen paarverwilderte Ecke hat. Schnecken können ein sehr großes Problem bei den Jungenpflanzen werden. Er übrüht sich vielleicht selber, weil die dann schnell weggefressen werden können. Bei größeren Pflanzen eher unwahrscheinlich, dass da müssten schon Scharen an Schnecken dahin kommen, um die ganze Pflanze wegzuknabbern. Bei den größeren Pflanzen, die dann Blüten bilden und auch dann die Früchte bilden, da ist dann mehr das Problem, dass die Schnecken auf die Blüten und auch auf die Früchte gehen. Vor allem bei den Früchten ist es dann immer recht ärgerlich, wenn sie sich so reinbohren. Du siehst es nicht, dann fängt die Frucht an zu schimmeln. Tipps, wie du her über die Schnecken wirst, habe ich auch schon gedreht, wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Werde ich dir da verlinken. Dann gibt es noch die Kürbiswanze. Hier eigentlich das gleiche Spiel wie bei den Blattläusen. Entweder du setzt auf die Nützlinge, indem du deine Artenvielfalt erhöhst, oder du gehst dann auch selber vor mit gewissen Hausmitteln, wie zum Beispiel Nenmöl oder auch hier wieder vielleicht verschiedene Jauchen. Aber bei den ganzen Krankheiten und Schädlingen immer darauf achten, dass du halt schaust, dass du einen fruchtbaren Boden hast, damit deine Pflanze kräftig genug sind. Denn die Schädlinge und auch die Pilze sind einfach in der Natur auch dafür da, um Schwaches auszumustern, auszuselektieren. Wenn deine Pflanze kräftig ist, dann wird sie davon auch sehr oft verschont bleiben. Vor allem die Pflanzen auf dem Kompost. Die bekommen bei mir recht spät Mehltau. Kapitel 6 Mischkultur Zucchini profitieren von der Mischkultur von Pflanzen wie zum Beispiel Bohnen und Erbsen. Einfach aus dem Grund, dass halt die Bohnen und die Erbsen Leguminusen sind und die können mit ihren Knollenwurzeln Stickstoff aus der Luft in den Boden binden. Stickstoff ein wesentlicher Bestandteil im Pflanzenwachstum. Du kannst auch mit Knoblauch und auch mit Basilikum arbeiten. Beide, sondern spezielle Stoffe aus. Basilikum, ätherische Öle. Beim Knoblauch der Stoff Allicin. Die hat auch antifungal wirken. Das heißt, du kannst das auch nutzen, vorbeugend gegen den Mehltau. Du kannst auch mit Dill arbeiten, der auch hier spezielle Gerüche mit absondert. Ätherische Öle. Und wenn der Dill auch anfängt, in die Blüte zu gehen, tust du auch hier wieder ein paar Nützlingsinsekten eventuell wieder mit anlocken. Zum Beispiel den Marienkäfer. Mit der Kapuzinerkresse kannst du von der weißen Fliege oder von verschiedenen Blattläusen ablenken. Und mit der Targetis lockst du auch wieder nützliche Insekten an über die Blüten. Aber auch unterirdisch tun halt die Wurzelsekrete schädliche Nematoden von der Zucchini fernhalten. Kapitel 7. Saatgut gewinnen Kommen wir zur Prämisse, die ich am Anfang des Videos als Hook genommen habe. Bittere Zucchini, die durch eine Verkreuzung entstanden sind. Es ist so, die Zucchinisamen, die du auf den Markt bekommst, werden bitterfrei sein. Weil hier auch drauf geachtet wird, dass die Pflanzen auch Sorten reingehalten werden. Weil so eine bittere Zucchini entsteht halt meistens dadurch, wenn du halt eine Zucchini-Pflanze hast und in der Nähe wächst irgendwo eine Zirkürbis. Und die Insekten vom Zirkürbis in deine Zucchini reingehen und dann halt die Bestäubung zwischen Zirkürbis und Zucchini stattgefunden hat. Dass du dann in der nachfolgenden Generation, also wenn du dann die Saatgut geerntet hast in der ersten Saison, in der zweiten dann wieder aussamst. Dann kann es dann eventuell passieren, wenn dir so ein Unglück passiert, dass du dann bittere Zucchini bekommst. Was in dem Sinn auch kein Problem ist, weil du erkennst sofort die bittere Zucchini an der Schale und auch am Fruchtfleisch. Und das fühlst du in der Regel auch einfach ausspucken. Bitterstoffe ist ein Fraßschutz in der Natur, auch für uns Menschen, auch wenn dann marketingtechnisch ziemlich gut gearbeitet wird und Bitterstoffe in manchen Sachen dann doch als gesund deklariert werden. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man sagen. Aber Lügen darf man nicht machen. Von daher tausch dich auch einfach mal mit deinem Nachbarn aus, fördere hier mal eine gute Beziehung und dann wirst du auch erfahren, ob der vielleicht mal einen Zirkürbis bei dir in der Nähe anbauen möchte. Oder wenn du mal in der Nähe von einem Kürbisfeld bist, da kann es dann auch gut passieren, dass da in einem Umkreis von 1 bis 2 Kilometer die Insekten dann auch dort so die Bestäubung in deinem Garten durch einen Zirkürbis vielleicht mit vornehmen können. Also ein bisschen die Augen und Ohren offen halten. Kapitel 8. Vor- bzw. Nachkultur. Nach der Zucchini-Kultur, die du meist vom Sommer bis Mitte, Herbst haltet, hast du noch genug Zeitraum, um hier andere Kulturen reinzusetzen. Ist ja immer sehr wertvoll, den Boden auch ständig bepflanzt zu haben. Das kannst du unter anderem damit gewährleisten, wenn du hier zum Beispiel Kohl anbaust, Spinat, Radieschen, Feldsalat, Herbstsalate oder Frühjahrssalate, Gründünger wie zum Beispiel Phacelia oder auch Senf, um halt über den Winter auch eine gute Bodenfruchtbarkeit zu bekommen. Damit auch diese Pflanzen auch ab und zu mal im Winter deine Pilze und Bakterien mit versorgen können von der Photosynthese, wenn sie diesen Zucker dann nach unten schicken. Ja, man kann auch über den Winter wunderbar anbauen. Du musst halt nur wissen, welche Kulturen du da anbauen kannst. Zum Beispiel Portulac geht auch. Jetzt steht dir deiner wunderbaren Zucchini-Flut nichts mehr im Wege. Dieses Video ist auch ein Teil von einer etwas größeren Videoreihe, wie man zum Beispiel auch gut Tomaten anbauen kann oder auch Gurken. Die Videos findest du unter anderem hier jetzt verlinkt, die du dir jetzt auch nach dem Video unbedingt anschauen solltest. Ist sehr spannend und man kann auch hier viel lernen. In diesem Sinne, wenn dir das Video mehr Wert gegeben hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben gehen. Antwort auch unbedingt die Frage, die ich am Anfang des Videos gestellt habe. Und du kannst den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch bitte auf die Glocke drücken, bis du immer wieder benachrichtigst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei dir im Garten und deinem eigenen gesunden Obst und Gemüse.